Sie kommt aus Gladens, ist die Hoffnung der Schweizer Juniorenmannschaft. Sie hofft, dass sie auf internationalen Ebenen öffnet, teilnimmt. Sie skates für Switzerland und hopes to be one of the best junior in her country. Sie wird von Daniel Führer trainiert. Her Coach ist Daniel Führer für den Postmodus Super Summer Camp. Herzlich Willkommen, Weltcup, Zora Bernardo! Mit dem Schmidt, Jahrhunderts, den Sie Gott OUR haben wir in July der Welt. Sie wird von diesem STN-Vorpommern geflogen. Sie wird von den Bürgern ausgerichtet. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.